bei paketen das erste bei mir war es gerade nicht ich schaue meine mutter das schneidet grad 4000 coins für das gesamte paket 4080 coins ja 40 euro oder nicht gibt es ja auch ein einzel die kann man auch einzeln kaufen und dann frage ich meine mutter ob sie mir die dings wenn sie mich morgen von der schule abholt ob sie mir dann ob ich mir eine plastic kaufen darf und dann kauf ich mir den dann schick ich die ex ich so nämlich machst du dir eine kaufen darfst ja dann muss ja immer 18 seine meine zu kaufen ja 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 schade dass inge feinung hat aber ich glaube der welchen obdachlos du kriegst doch gar keine inge würde wahrscheinlich ja sagen nein die darf ich nicht verkaufen dass sie ab 18 die fragt ja meine mutter ob ich das kaufen darf so wie energie hier auf dem regat guck mal von der mutter darf er ein bier kaufen du kaufst den wogta anhel darf niklas wogta kaufen ja und übertreibe er noch mehr ich kaufe den laden ja ne darf niklas den ankaufen hier wird eure drohne verwenden um eine bombe aufzuspüren er bloß daran wie tot sie geguckt hat als mir das bier in die hand gedrückt hat was er bekommen hat ja und er darf ja sogar bier trinken da hätte ich das bier hat die wogta nicht so weggeklatscht ja wie wieder soll ich dir noch angucken damit die fresse schießt schau mal die wollte ich antöken ich wollte die aufdecken ich guck die aus einem möglich positionen an dann ist die einfach nicht du wolltest sie antöken nein aufdecken sie wollte mich antöken hast du gerade gesagt mach das fenster kaputt ja schade du kommst mit mit der headshot cover ich hab bisher nur einmal die neue map gesehen ne zweimal nein einmal wir hatten die neue map noch nicht mehr ich schon einfach afk rum na nicht die sind du lebst hier ist keiner du bist voll in die spawn rein gegangen ja aber hier ist keiner da ist einer da ist noch einer tot 200 punkte du bist so ein profi können wir bitte ein autogramm ich habe nichts gemacht ich könnte die durch die schilmann ja du hast nichts gemacht die beiden irgendwas ist neben mir explodiert meine ohren haben auch gepiept ja dieses besser wenn nehmen wir danach den weg ich habe keine ahnung von der letzte ist ich habe ihn nicht gefunden nein ich lebe noch ich habe es jetzt ohrenfiepen gehabt ja irgendwas geworfen hat ich sehe aber nicht den gegner ich weiß nicht wo der ist der letzte ne kann ich irgendjemand der entschärfer dabei ja der schildtyp der läuft lieber mit seinem schild durch die statt dem was zu platzieren um den ok ich sehe egal bin ich jetzt besser als du nein obwohl du zwei kills hast nein ich mein von der one ist der mhm ne mein erster du bist weiter du hast auch zwei kills hm du hast warum ich mal 40 punkte mehr als ich das finde ich eine frechheit die haben es dann alle schon nach kielzen ja aber da bist du ja ich guck durch die türe an und sag oh Gegner und die haben eigentlich nichts gemacht die sind sie waren wirklich genau vor der öffnung ich dachte wovor er den sieht richtig wäre weil der eine stand der afk ja und die anderen gestanden die haben sich genau vor die türen schnitt ich glaube da so rein die alle halt drauf es passiert nichts weiter gegner kommt dazu war tot falken auge ne little red ne kleines rot ja ne wir haben nichts gemacht hm falken auge hm der name zacky hier ist falken auge 31 das kannst du nicht vergessen du hast ein 31er ja guck mal A1M controller das könnte eh besser das ist nämlich ein mechanischer controller der höchst du nichts der höchst du nichts hier das ist ein mechanischer controller deswegen ist der auch zu teuer das ist ein stinknormale xbox-methoder der hier hat mechanische tasten du bist auch stinknormal guck das höchst du richtig wenn du da draufst du hast mechanische tasten sind ja guck mal wie der eine so lange braucht der ist bestimmt ein 70er ping deswegen braucht der so lange ach Junge er hat halt recht du hast recht ja wenn die so lange laden dann müssen wir auch einen schlechteren ping haben für jetzt meine erste vermutung ne ist die einzige erklärung dass wir bestimmt das habe ich so rausgeschmissen das laden kann ja nur noch mit ping zusammen wenn wir sie wieder hier auch schon schauen ich bin wollen wir wieder da rein gehen und dann stehen die da einfach wieder beide ja sponsern da wo ich es kommen alle eigentlich schon sogar wieder rfk die rfk der ist so ein buch der einfach nicht viel zu fahren der team redet das bestimmt schon mal ja jetzt einfach weiter ja ich bin hier durchgeglütscht ja das brauche ich nicht mehr genau ich bin aber zu dir gekommen nein ich möchte ich aber nicht das mach ich aber ich möchte zwei tippen da von eben doch schießen ja jetzt lebt er oder was der ganze controller wieder gefunden hey wir haben sich gekillt hi was geht das wieder zusammen rein springen wow hey ich wollte auch nicht ich wäre auch noch ein kill ich komm lass uns dann rein dann such mir einen kill er kill er klappt mal kill der steht hier wieder halt so ne ne der eine tipp stand da wieder so irgendwie die zwei ne wenn du sie erst wieder umgefallen ist der stand da wieder genauso ich bin glaube ich mit den größten noobseite Gegnern ne mhm somitestens die drei von denen sind auf jeden fall absolute noobse wenn man noch wenig das sind die absolutesten drei von denen habe ich gesagt guck mal ich gehe rein warm und dann war der irgend so ne scheiß granate und der typ schild unter der treppe na wo da bei der treppe hat er eben geschild bin er so langgegangen und hab ihn eben noch gesehen jetzt lief vorbei ne hat er irgend so ne granate oder so gelegt aber dann hat er da bei der treppe da geschild da 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 unten stand er da unten stand er ne so er hat nur drauf gewartet dass man reinläuft so richtig asozial mhm 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 aber egal wir haben gewonnen mhm 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 so mhm 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 aista mhm h die hg bhb markt herr was kannst du eigentlich spielen das ganze das ganze wenigstens das kannst du wenigstens aussprechen nicht so wie matt ich bin nicht aufgegangen ich bin ja gar nicht drauf ich bin der kann ich darauf jetzt auf einer wäden wo mann nein kann es gibt ja ich war jetzt trotzdem so dass du mein wort auf dem Handy und auf einmal mehr zu spätseln auf dem Handy statt auf der Instruktion da spiel ich aber nicht na das muss ich nicht mehr so scham bekommen ich hab kein Scham bekommen ich hab nur bumm gehört eine du richtig viel Scham bekommen ja ich habe keinen schaden befahren ist eigentlich alle vom gig hin was macht ihr hier der ist südkoreaner guck mal auf seine jacke er ist japane das ist kein japaner das ist eindeutig südkorea haben eine bombe japan flacke sieht anders aus die kommen alle gleich sie kommt bestimmt hier durchs fenster gesprungen aus dem weg gegangen ist richtig hier und das fenster hat die fresse er pisse ich jetzt mal rauskonstern ob das jemand ist denn du kennst wollte ich ja ja und kennst den nein habe ich konnte nicht das kabel hat mich festgehalten jetzt hätte sie absetzen müssen dann guck mal da oben sind welche ich glaube auch deswegen war es geflogen na wo die gart wie geht es so ich warte dass da endlich jemand rauskommt ich stehe ich schon da war einer da ist einer da ist einer bringt mich um ich lade mein mann ab und ich habe mich nicht richtig rein da wirft vielleicht granate schnell weg hier Okay, die hat 15 Schaden gemacht, alles gut. Ne? Hau wirf noch einer. Vielleicht treffe ich dich. Ich schieße dann natürlich. Ja, danke. Digga, ich treffe bloß mal mit deinem dummen Kopf da draus, Kurt. Ich glaube, ich hab eigentlich den Schrank getroffen, weil diese Waffe so scheiße ist, ne? Ich seh nur, wie du schießt. Ja! Ich will ihn erschießen, aber es klappt einfach nicht und ich weiß nicht mal warum, ne? Vorneid bist du kaputt. Vorneid vorneid. Und jetzt haben wir die Runde verloren, deswegen. Wow. Nein, den will ich doch gar nicht. Da musst du einen anderen spielen. Ich hab A gedrückt, weil ich wollte, dass es weiter geht und dann hat Athena Verraute mal Schaus gefehlt. Und diesmal will ich keine Granate bekommen. Wenn ich tot bin, kann sich keiner anderen healen. Meldet euch das, Teammates. Ja. Die wissen doch bestimmt alles, was er doch kann. Da müssen die drei Noobs ausschalten, da ist das Team schon mal schlechter, da hat das Team schon mal schlechtere Chance. Guck mal, der war, ähm, hier und ist gar nicht runter gegangen. Ja. Ich muss noch zwei Kills machen, dann bin ich wieder auf deinem Niveau. Komm erst mal auf mein IQ. Ich meine auf deinem Rangnissniveau. Ey, was soll das? Hör auf zu schießen. Wünnchen, bell nicht. Doch. Das hat die Kinder gehört. Das hat Befehl zu bellen. Das vertreibt alle Kinder. Warum ist da ein Loch in der Wand? Kannst du mir das erklären? Ja. Okay, mach halt die Wand zu. Ich muss auf Toilette nach mir durch. Ey. Ich hab die feinsten Zigarren gefunden, dass keiner durchzieht. Ich komm schon. Ihr nehmt die feinsten Zigarren. Lass erstmal einer rauchen, bis die alle kommen. Es bleiben fünf Sekunden. Aber ich zieh mich wieder hier hin, damit ich keinen treffe, falls jemand auf das Fenster kommt. Die Gegner haben eine Bombe. Ich gehe da gar nicht da hin. Ah, der Typ kommt bestimmt gleich wieder durchs Fenster. Ist doch ein Freakle. Wenn man ihn trifft. Das soll sich dazufügen. Die Wand ist einfach eingefroren. Ich bringe jetzt halt mal den Müll raus, ne? Da ist tatsächlich wieder jemand! Guck da! Oh Mann! Der kann auch schießen! Der ist wies. Den mag ich nicht. Der schießt. Ne? Hm. Die fällt jetzt nicht ein. Du bist in der Cocktail-Lounge. Das ist ja schön, dass es die Zügel gibt. Keiner mag Zügel. Nee, nee. Nee. Die hat er einfach am Fenster schießt. Und dann einfach... Er hat einfach nur Schild am Fenster. Keiner mag Zügel auch ab. Mit der Niese, der am Fenster schießt. Das ist so. Und der Tuppe, wie der Doc den letzten nicht umbringt. Und der andere Typ mit der Pistole ist. Schafft. Ich wollte tatsächlich nicht Schafft sagen, aber er hat es tatsächlich noch geschafft. Wir waren im Wiese-Zimmer vorgekommen. Nee, nee, nee. Wollen wir jetzt lernen und sagen, wir wollen Rainbow spielen? Ja, komm. Das ist ein bisschen Bodybuilder mit dem Body.